Hallo und willkommen zurück mit Fallout 4. Alle an Bord. Hört ihr die Nuka-World-Familien oder das? Ich weiß nicht. Ja, hören wir mal. Nuka-Cola-Familienradio. Ja. Hallo Kinder. Vergesst nicht, dass Nuka-World nur noch wenige Wochen im Oktober geöffnet hat. Kommt Corki und mich ein letztes Mal besuchen, bevor wir den Winter überschließen. Und vergesst nicht, eure leeren Nuka-Cola-Flaschen mitzubringen, um 15 Dollar Ermäßigung zu erhalten. Steigt ein in den Nuka-Express und bewundert die Nuka-Familie, solange es noch gibt. Okay. Der Nuka-Express ist über das Nuka-World-Transit-Zentrum erreichbar. Das Parken ist gebührenpflichtig. Preisänderung zum Ende der Saison vorbehalten. Ja. Nuka-World, Nuka-Express und die Nuka-Charaktere sind eingetragene Marken der Nuka-Cola-Flaschen. Na gut. Es sieht so aus, ich habe mich entschlossen, riskant zu leben und ohne Power-Rüstung das DLC anzuwählen, sondern nur mit der Rüstung, die wir jetzt anhaben. Gucken wir mal, ob das reicht. Noch dazu kommt, dass ich mich entschlossen habe, keinen menschlichen Companion mitzunehmen, sondern einen Roboter. Ein Spielverderber da hinten. Wenn der Spielverderber ein zu großer Spielverderber ist, schicken wir ihn zurück und machen das DLC Solo. Jetzt müssen wir uns erstmal abholen lassen, damit wir hier wegkommen. Wir spielen ja nämlich, wie gehabt, auf Survival-Mode. Kein Schnellreisen also. Waffentechnisch habe ich übrigens dabei Explosiv-Minigun mit 1000 Schuss für Boss-Gegner hauptsächlich. Ja, lieber 50 Scharfschützengewehr Explosiv. Wollte ich einfach mal ein bisschen ausprobieren. Wächter des Aufsehers mit 200 Schuss als Stress-Waffe. Könnte man es gleich mal durchladen. Und natürlich das explosive Sturmgewehr. So, wo müssen wir denn hin? Da unten. Ist natürlich geil, weil ich hier nichts in der Nähe habe, wo ich gut hinreisen könnte, um da schnell hinzukommen. Könnte von Arcjet Systems ausprobieren oder hier oben vom Teich. Oder von Fort Hagen aus. Ich glaube, das wird die beste Idee sein. Kurz vor Fort Hagen dann das Landesignal geben. Allerdings Ritter. Alles hier ritterlich. Schön, das Spiel hat sich verbuggt. Geht direkt gut los. Ich bin begeistert. Noch bevor wir überhaupt da sind. Da über diese Brücke müssen wir, glaube ich, noch rüber. Und dann kann ich bald das Landesignal geben. Danke, Gratispunkte nehme ich da immer. Ja, passt. Oh, oh, da schießt was. Ich glaube, hier zu landen war vielleicht nicht die beste Idee. Land schneller, du Bastard. Ja, ich bin wach geworden. Und deswegen nehme ich eine Minigun mit. Zwei Kerne für Rüstung, die wir nicht dabei haben. Naja gut, was soll's. So eine Kasse kann ich nicht einfach nicht mehr holen. Ja, ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Cool. Seht ihr, deswegen habe ich den Roboter mitgenommen. Was für ein Drecksloch. Warum sieht denn das hier so scheiß aus? Wir sind doch noch gar nicht da in der Nähe, wo die scheiß Bombe eingeschlagen ist. Was für eine Mistgeburt. Mach mal tot. Der Roboter. Oh, ein Bunker. Ah ja. Aber wir haben keine Zeit für irgendwelchen scheiß Bunker hier irgendwo in der Mitte von gar nichts. Wir müssen... Wir müssen zu selbigem Ort. Es sieht so aus, als kommen wir der ganzen Sache näher. Niemand untersucht das Signal, bis der Ort nicht gesichert ist. Wer das Protokoll verlässt und die Transitstation betritt, bevor wir bereit sind, wird einen Kopf kürzer gemacht. Jetzt mach schneller. Ich will Cypress so schnell wie möglich berichten. Die klinge nicht sehr freundlich. Ich weiß nicht, was der beste Weg ist, die anzugehen. Ich gehe mal davon aus, dass das Feinde sind mit ihrem Kopf kürzer. Oh nein. Ja, überraschender Kontakt, das kannst du allerdings sagen. Mach das mal, ich gehe mal nach oben. Ich gehe mal nach oben. Man muss nur noch Immortal aus, dass der Supporter ist hin. Da fehlt Zaba Kaila und ein Garner Soldat. Na gut, den erwischen wir, glaube ich. Hier ist noch Kaila. hört mir auf mit granaten er ist heute man lebt noch auch wenn er nur auf dem boden rumkriegt es war doch nicht der sort von der noch lebt irgendwas lebt noch wo ist kayla kayla's befehle lebe so kayla's befehle kommander kayla ihr befehl lautet das heute aufgetauchte signal des nuker koda familienradios untersuchen laut unseren informationen kommt es aus dem nuker world transit zentrum und wir haben grund zur annahme das verschwundenen erkundungsteam zu tun haben könnte okay ihr primärs ziel besteht darin die umgebung zu sichern basierend auf ihrer statusmeldung halten sie danach weiter anweisung könne cyprus könne cyprus müssen wir auch noch in den arsch treten er hat es verdient mit seinen kritzelnotizen hat er kein gelten holoband zu machen was er hier vorlesen muss was ist denn geschehen raider diese bastarde haben meine familie du du musst mir helfen bitte ich helfe mir selbst erzähl mir was passiert ist sie haben uns reingelegt so richtig meine familie und ich trafen ein paar händler sie meinten sie würden eine sichere siedlung kennen in nuker world aber als wir eintrafen das waren raider die uns an der nase rumgeführt haben ich konnte fliehen aber meine frau und mein sohn sind noch da ich wollte hilfe holen und zurückgehen aber ich hab nicht damit gerechnet eine kugel abzukriegen lass mich dir helfen ich hab ein stempak nein nein ich komm schon klar heb dir das für meine frau und meinen jungen auf lisa und cody ich biete dir die chance dich selbst zu heilen warum schlägst du sie aus mensch ihm läuft die zeit davon bitte geh wenn du es nicht für sie tust dann für kronkorken ich kann dich bezahlen für kronkorken sind wir im geschäft oh gott sei dank hier nimm das das ist das passwort für das einschienenbaren steuerungsterminal am schnellsten kommt man mit dem nuka express nach nuka world aber ich hab ihn abgeschaltet damit diese bastarde mir nicht folgen können suche im büro nach dem steuerungsterminal um die bahn wieder mit energie zu versorgen und beeil dich wer weiß wie viel zeit ihm noch bleibt mein gott hättest du mich nicht oh eine souvenir kaffeetasse die nehme ich mal mit sonst noch irgendwas noch ein paar kaffeetassen und geld na gut dann wollen wir wieder einschalten hier fahrplan stromnetzverwaltung ja na gut die bierflasche nehme ich noch mit da müssen wir wenn wir irgendwo wasser finden mal auffüllen ich hab so viele wasserressourcen bewusst nicht mitgenommen dann können wir vom prinzip jetzt auch schon los jetzt 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 Vielen Dank.